ich glaube aber hier gibt es keine da ja 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 Ja, aber die Power des Supers war wohl zu viel für dich. Ja, aber World Tournament gehe eh immer schnell, das wird jetzt ratzfatz durchgezogen. Aber ich finde diese Customs vor dem Kampf begüßen so cool. Oh, die Musik, das weg, alte Flashbacks, immer bei Budokai Tenkaichi 1 gehört. Ich habe übrigens meine Meinung geändert. Ich werde auf jeden Fall noch Budokai 2 und Budokai Tenkaichi 1 let's playen. Ich habe zwar gesagt, ich mache das nicht, weil ich beide in ihren Mainreihen, das heißt den Budokai und den Budokai Tenkaichi, finde ich nicht so gelungen beide. Aber es wäre voll assi, das nicht zu tun. Ich werde gar nicht mehr an den Budokai Tenkaichi 1. Ich werde das nicht mehr an den Budokai Tenkaichi 1. Ich werde das nicht mehr an den Budokai Tenkaichi 1. Oh! Ey! Hallo! Oh! Gerade hier muss ich aufpassen. Okay. Du bist dumm. So, und das ist der Win! Jetzt fehlt nur noch der Win auf Fortgeschritten. 30.000 Seni, das ist doch schon eher meins. Damit kann man sich doch zurücklehnen. So. Nein! Ich hab... Oh nein, ich hab normal genommen. No! Weil sie, glaube ich, es trotzdem schaffe. Wir kämpfen gegen zu 17er wieder. Jo, wie viele! Wie viele Teilnehmer! Ja, scheiße! Jetzt muss ich mich auf die Basic Moves beschränken. Und so viele Transformationen habe ich nicht. Ich glaube, ich habe nur Kaioken und Super Saiyajin 1. Wenn überhaupt. Kann auch sein, dass ich nur Kaioken habe. Und die Genkina benutze ich sowieso nicht. Ich kann mal gucken, ob ich das noch so schaffe. Unmöglich ist es nicht. Übrigens, schönen 1. Dezember, den wir heute haben. Winter ist da. Mehr oder weniger. Es hat schon in ein paar Horten angefangen zu schneiden. Hier noch nicht so richtig. Aber... Ich liebe die Winterzeit. Ich liebe Schnee. Ich liebe Weihnachten. Alles, was damit zu tun hat. Uff. Okay, dieser Bu ist ja ein Entgegen, Alter. Okay, nice. Ja, ich liebe die komplette Winterzeit. Mit allem, was dazugehört. Ich liebe Schnee. Ich liebe alles. Von daher... Das ist jetzt... My time has come. Und... Ja, was übrigens Dokkan Battle betrifft, erwarte ich jetzt momentan... Einerseits kommt er jetzt zu Weihnachten LR Blue Goku und Blue Vegeta. Aber... Da nehme ich wohl nur Discounts mit, die es wahrscheinlich geben wird. Und Tickets und sowas. Aber meine Stones spare ich für Int Super Saiyan 4 Wubieta. Weil... Ihr wisst, ich liebe Super Saiyan 4. Und... Zum Hero Spanner, der jetzt da war, habe ich... Ein paar Multus gemacht. Und habe alle Super Saiyan 4s gekriegt, die es gibt. Heißt... Broly, Bardock, San Gohan und... Äh... The Ghetto. Und mein Super Saiyan 4 Team ist also schon mal... Voraussüchtig startklar. Oh... 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 Ey... Oh... 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 Und der erste Gegner hier ist... Treza. Und... Ja... Jetzt kommen auf jeden Fall im letzten Fall sehr interessante Dokkan Units raus. Äh... Die LR... Ähm... Thales Army zum Beispiel. Das ist eine sehr geile Karte. Dann gibt's noch den neuen Dokkan Fest Bojack. Der sich sehr gut mit LR Bojack spielen lässt. Oh... 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 Fuck... Oh... 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 Man... Hör doch auf deinen Drecks Todesstrahl zu Spammen! Oh... 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 Ja genau, jetzt hab ich über den Kammer mehr her gesprungen. Oh... 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 Achso! Gleichzeitig mit mir! Wie viel da geschrumpft ist, wie das denn jetzt aus sei. Ja, das wird härter als sonst. Das wird auf jeden Fall härter als die anderen beiden Sachen. Ja und sonst, morgen, das heißt morgen ist ja der 2. Dezember logischerweise, Mittwoch, kommt ein erneuter Part von Budokai Tenkaichi 3 Challenges. Ja, dazu sag ich jetzt mal nix. Er hat viel später gekontert mit seiner Attacke, aber am Ende war es halt quasi ein Win für ihn, so wie ich das gesehen habe. Einerseits gab es die Explosion halt, aber andererseits bin ich weggeflogen und er nicht. Okay, Dabra. Ach ja, apropos Dabra. Den konnte ich übrigens beim Hero Spinnern als einziger neben Mira nicht ziehen. Oh f***! Nicht hinter ihm! Absolutlich hinter ihm! MAANnnnn! Verarsch mich doch nicht! Er ist gut. Warum ist er so gut? Nein! Mach dir schnell deine Drecksform. Dein Hyper-Mode oder wie die Kacke heißt. Das ist halt die Sache, wenn man ihn an den Rand des Rings bringen kann, sich dann transformiert und so seine Abwehr bricht und man sieht, er hat weniger als drei Key und dann kann man halt direkt den Knockout verpassen und er hat automatisch verloren. Okay, das ging fix. Komm schon, ich scheitere jetzt im Finale, dann raste ich aus. Gegen Oop! Warum ist das so ein originaler Kampf? Scheiße! Da habe ich ja richtig Schiss. Oh Gott, hat er viel Key! Sicher jetzt erst! Nein! Nein! Oop, hör auf! Bitte, Oop! Hab Mitleid! Nein! Bitte, Oop! Okay. Direkt eine Leiste weg. Habe ich da Bock drauf. Nein! Hallo! Beruhig dich, Oop! Alter, was ist denn los? Sei doch nicht so auf Ecstasy, Mann! Guckt euch mal meine HP und guckt euch seine an! Er wird mich umbringen! Ich werde nicht mal K.O. Also, ich werde nicht mal rausfliegen. Ich werde einfach K.O. gehen. Mann, Oop! Scheiße! Mach doch nicht diese, Mann! Fick dich! Ja. Geil. Ich bin K.O. Ich bin einfach K.O. Er hat mich fast geperfectet. Was zum Geier, Mann! Ja, null Seni, oder was? Aber doch 25.000 als Zweiter. Wow! Ah, nochmal dieselbe Scheiße von vorne. Ey, Mann! Wir müssen doch dann auch immer so übertreiben mit der Schwierigkeit. Ja, ich werde jetzt einfach nur zum Dingens kommen. Zur Dragon Arena, wenn ich ehrlich bin. Aber das muss halt abgehakt werden, leider. Von mir ja gegen Freezer. Ja, dann ist er der Linke. Aber auf jeden Fall, als nächstes let's playen wir Dragon Ball Z Infinite World. Und dann muss ich wahrscheinlich Budokai 2 rein schieben. Dazwischen schieben. Aber ja, was ich halt an Budokai 2 richtig scheiße fand, war der Story Mode. Das ist ja das Hauptargument, weswegen ich Budokai 2 nicht let's playen möchte. Weil mir ja das Prinzip nicht gefällt. Weil man spielt quasi auf einem gigantischen Schachbrett. Oder auf einem gigantischen Spielbrett. Mit einer fiktiven Story. Und... Ähm... Uff! Ja, was mir nicht gefällt ist, da sind halt erstens, ich bin da schlecht in den Budokai-Spielen. Also, ihr seht, man hat, wie ich spiele. Ich kann halt vielleicht ein oder zwei Combo-Cancels und die abuse ich dann immer. Aber der Gegner kann logischerweise viel mehr. Und man muss die Gegner teilweise fünf oder sechs Mal besuchen. Und man muss auf seine HP achten. Ne, das wollte ich nicht. Okay, aber hat trotzdem geklappt. Also, man muss auf seine HP achten, denn man hat eine Lebensleiste genau wie der Gegner. Man hat so und so viele Extra-Leben. Und wenn man stirbt, dann verschwindet halt eins deiner Extra-Leben. Und wenn dein Charakter keine Extra-Leben hat und du stirbst, dann ist er halt komplett weg. Und dann entweder... Ich glaube, dann gehst du Instant-Game-Over sogar. Ich wollte gerade sagen, was ist denn mit Caillou los, mit Yamshu. Hallo, nein. Hallo, nein. Mann. So war. Die lieben aber ihren Dragon Rush in diesem fortgeschrittenen Modus. Alter, er macht die Mina Die Kai hier ist ja noch schlimmer als die von den Kaiji 3 mit den Red Potaras Wo die einfach nur die Kacke abusen Und mit Kacke war ich Super-Tank Junge, bist du gay? Die haben Schuh, man Ring out, know your place So, wieder im Finale Und diesmal gegen Rekoum Also wenn der seinen Max-Power-Mode die ganze Zeit macht, dann haben wir aber ein Problem Weil der ist ein gigantischer Fettklopf Alter Hä? Alter Ähm Die! Nee Hör doch auf! Hör doch auf! Ja! Mann! Erst springen Freezer und ein Kamehameha und dann Rekoum auch Aber wir haben gewonnen So 50.000 Zeni Zeni mit IE Warum auch immer Aber gut, wir haben's So, gibt's das Neues im Skill-Shop Welcher Trunk ist das? Trunks Also wahrscheinlich Future Trunks Na gut Kleidung von Großvaterstern Gohan Neues Anstrengen Anstrengen Von 1 auf 1 Und dann hab ich schon mal 10 Einher Das bin ich gut Finde ich gut Finde ich gut Komm, gib mir nichts, das kann mir mehr für Kid Goku Das muss aber möglich sein Also ja Das ist höchstwahrscheinlich einfach nur Rathuhnkröte mit Zwiegengewürzen Ich darf jetzt sagen, dass gerade abwecken ist Auf jeden Fall Es ist einfach ein ununterbrochen Mist In den Shop gehen Wieder raus In den Shop gehen Wieder raus Ich erspare euch das mal Wir wandern jetzt einfach straight in die Dragon Arena Es ist endlich soweit Bis zum nächsten Mal